Ich wollte mich ein bisschen verarschen. Ich bin vorher ohne Probleme hier drüber gesprungen und jetzt, wo es drauf ankommt, mache ich hier so eine Scheiße. Ey, das ist ja wohl... Ich glaube es nicht, ey. Ich kann gerade weder lachen noch weinen. Ich bin einfach so... Ich habe so einen leeren Blick gerade, wo ich durch meinen ganzen Raum gerade irre. Kann doch nicht wahr sein, ey. So, hüpp. Und hüpp. Wer war denn hier drin? Wer ist das denn nochmal? Ah, Glowman. Okay, muss ich mir gleich notieren. Da war der Cutter ja ganz okay, ne? Aber der war aber auch so ziemlich stark, ne? Muss ich echt aufpassen. Oh, bis jetzt geht es aber so... Wow, was macht der jetzt denn? Toll. Na, jetzt geht es den Berg ab. Ey, der hat mich mit zwei Schlingen halbiert, hör mal. Was ist das denn? Krasse Scheiße. Erstmal notieren. Glow wie G. Andersrum. G wie Glow. So, jetzt gehen wir mal zu Jokoman. Jokoman. Ne, Jokoman oder so, wie der hieß. Keine Ahnung, wie der hieß. Können wir den direkt hinschießen? Ob die Sache ein bisschen einfacher. Oh, Leben. Geil. Ja, zwei Leben noch. Ich habe zwei Leben versp... Boah, ich habe die so verschwendet. Ey, ich glaube es nicht. Mann, 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 Mann. So dumm. Trotzdem versuchen wir es. So. Da. Da. Okay. Ah, genau. Das war die Stelle, wo ich so lange warten musste. Wow. Mega leck. So. So, dann zack. 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 So. Okay. Der war ja sehr einfach. Komm her, du. Jawohl. Wer war der nochmal eher? Wer war das nochmal? Ah, Rainbow Man war das. Ah, der war schon ein bisschen stärker. Gehen wir erstmal zu Comet Woman. Wogegen war die nochmal empfindlich? Ich habe das schon wieder vergessen. Ah, ich bin so ein Trottel manchmal, ne? So, machen wir erstmal ganz in Ruhe das Ding da hinten kaputt. Ganz in Ruhe. Und dann passe ich auch diesmal auf, wo ich hinspringe, weil jetzt ist jeder Energiestrich wertvoll. Geht doch. Und hab. Was lade ich denn jetzt am besten auf? Das ist ja am besten. Was hat die Missiles, habe ich da benutzt? Kann das sein? Ja, das kann sein, glaube ich. Wieso leckt das denn schon wieder? Mann, warum muss das denn sein? Bei solchen füßen Sprungpassagen. Boah, ist das unangenehm. Ich muss es wieder kurz abbrechen, die Offener, weil das ist mir so un... Okay, wir machen erst den Kampf. Hoffen wir mal, dass es wirklich die Jet-Missile war. Nee, war es nicht. Fuck. Was war es denn dann? Das war sie nahe? Ich war doch irgendwann mit Schießerei. Ja, ich glaube schon, das war es. Verreckt. Verreckt, endlich. Bevor ich verrecke. Nein, auf die andere Seite. Oh, diese blöde Kreiselding. Fuck. Ey, das ist so ein Witz gerade. Jawohl. So, ich muss wieder kurz die Aufnahme unterbrechen. Das geht ja alle zehn Minuten hier, aber ich kann es nicht ändern. Festplatte wahrscheinlich zu voll oder so. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe noch ein zweites End aufgeschrieben. Ich weiß aber gerade nicht, was das nochmal war. Geh einfach mal rein. Was war denn das nochmal? Ah, Needleman. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Needleman, das verstehe ich, okay? Einfach durch. Oh, nee. Ich lasse mich so dumme Stellen treffen. Okay. Wow, 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 wow. Das war knapp. Oh, ich werde wahnsinnig. So. Und drüber. Hä, was habe ich nochmal gegen Needleman benutzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Was war denn das nochmal? Was ist die Misser? Nee. Fuck, ich weiß es nicht mehr. Ah, okay. Der Blaster war das, okay. Alles klar. Komisch, kann mich jetzt leider nicht mehr so daran erinnern. Aber es funktioniert ja. Von daher. Hm, das war gar nicht gut, die Idee, was ich hier gerade gemacht habe. Hm. Hm. Boah. Dass das geklappt hat. Oh, der kriegt aber sehr gut Schaden. Ach, ich kann ihn einfach so attackieren. Ja, das hätte mir mal jemand sagen können. Cool. Es sind nur noch zwei. Äh, einmal Jetman und Rainbowman. Machen wir, ähm, Rainbowman. Und ich werde das kein Fehler. So. So. Und jetzt einfach durch. So, und jetzt einmal anschießen. Jawohl, das ist ganz einfach. Und dabei ist der Glowshot effektiv. Und ich habe fast Energie voll. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. So, komm her. Au. Au. Komm her. Au. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl, danke sehr. Nur noch ein einziger. Jetman. Und da würde ich auch bereit sein, Engergie-Tank einzusetzen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was danach kommt. Das ist das Problem. Vielleicht soll ich erst mal mit warten. Aber ich habe vier Stück. Ich habe vier Stücke mal. Ich werde am Ende das Spiel durchspielen, ohne einen benutzt zu haben. Ich sehe das schon. Außer wenn ich den Yako-Yoko-Männer wieder nochmal hieß. Der war aber auch eklig. Das level ich echt ungern normal gemacht. Hätte ich auch keinen Bock mehr gehabt. Dann. Au. Fuck. Könnte ja ein bisschen Leben farmen hier, ne? Könnte ich das dreimal machen. Machen wir nochmal die berühmte dreimal. Oder fünfmal. Na, kommt noch zweimal. Also, als wäre das gewollt. Die droppen gar nichts. Gar nichts. Bestimmt kein Zufall. Ein bisschen Energie. Oh. So viel Energie kann ich gar nicht gebrauchen. Ist das geil. Boah. Perfekt. Perfektes Timing. Oh. Wie geil. Oh. Oh. Hätte ich gar nicht so träumen gewagt. So fing er hier jetzt zu haben. Alter, das müssten wir jetzt eigentlich hinkriegen. Wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle. Komm schon. Konzentration ein bisschen. Zack. Hä? Was ist das denn jetzt? Hä? Hä? Oho. Nein. Falsche Richtung. Oho. 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 Hey. Schon wieder das. Zack. Aua. Zack. Ah. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Scheiße. Keine Emotionen mehr. Jawoll. Sehr schön. So. Was passiert jetzt? Wer kommt jetzt? Wilde oder sonst irgendwer? Wer kommt jetzt? Oh. Okay. Keine Ahnung, wo ich da aufladen soll. Ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung. Ein Leben. Geht das jetzt ganz normal weiter? Oder wo geht es jetzt hier hin? What the fuck? Das Level geht weiter? Nein. Das ist eine Aufladestation hier nur, oder? Das kann doch nicht euer Ernst sein jetzt. Nein. 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 Nein, das kann nicht sein. Jetzt lass dich doch nicht von diesem Gammel an dir treffen. Ich fick dich, Mega Man. Oh, fuck. Oh, noch so ein Typ. Öp. Und bam, 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 bam. So, her damit. Und zack. Ah, wo geht es denn hier hin, mein Gott? Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich ja nicht irgendwie betäuben oder so? Hä? Kann doch nicht wahr sein. Wo muss ich denn hin? Ach, unten. Was habe ich eingesammelt? Keine Ahnung. Ich könnte ja ein Waffending benutzen. Ist ja schon mal ganz gut. Da hätte ich auf jeden Fall schon mal voll und kriege direkt einen neuen. So, was mag da sein? Keine Ahnung. Drei Leben? Das ist schon mal gut. Oh, oh, oh.